Deutschlands bester Klassnussfahrer Emanuel Buchmann soll bei der dreiwöchigen Radrundfahrt Giro d'Italia in diesem Jahr aufs Podium fahren, mischte bereits bei der UE-Tour vorne mit Emanuel Buchmann, wo Picture Alliance dieses Ziel gab der Teamchef des deutschen Rennstalls Bohrer Hans Grohe, Ralf Denk, am Mittwoch in einem Interview von Münchner Merkur und TZ aus Wilkio, Keltermann. Die Punktredaktion soll für eine Top-5-Platzierung bei der Tour sorgen und Emanuel aufs Podium beim Giro. Das sind unsere Ziele, sagte Denk. Aufgrund der Streckenführung hat sich das Team für 2021 entschieden, den 28 Jahre alten Buchmann bei der Italienrundfahrt an den Start zu schicken und den niederländischen Neuzugang Keltermann bei der prestigeträchtigen Tour de France einzusetzen. Wir haben uns die Streckenverläufe von Giro, Tour und Buelta genau angeschaut. Bei der Tour gibt es heuer mehr Zeitfahrkilometer als Ü. Wir haben im Gegenzug aber keine Hochgebirgsetappen in dem Sinne, also kaum Etappen über 4000 Höhenmeter, sagt die Sei Buchmann nicht auf den Leib geschnitten. Die Italienrundfahrt, 8. bis 3. Mai, beginnt dieses Jahr in Turin und endet in Mailand. Den Giro hat noch nie ein deutscher Fahrer gewonnen. Vor zwei Jahren entschied Pascal Ackermann als erster deutscher Sprinter die Punktewertung für Fabian Wegmann sicherte sich im Jahr 2004 die Bergwertung und damit als erster deutscher Fahrer ein. Deutsche Presseagenturier Giro, Zahlen, Rekorde, Gesch- 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 Untertitelung. BR 2018